Kommission zu LB4 nach Rathow über Berlin-Spandau, Abfahrt 17.066, heute ca. 15 Minuten später, und dafür ist eine Verschreckung aus der Umfahrt. LB4 nach Rathow über Berlin-Spandau, Abfahrt 17.066, heute ca. 15 Minuten später, und dafür ist eine Verschreckung aus der Umfahrt. Und dafür ist eine Verschreckung aus der Umfahrt.